Beide Damen und Herren, Sie sehen hier... ...Jugger wie Bekan! Und ich lesse mal vor, wenn alles dabei ist! Klaus Schorkel, Kurt Lüffrich, Uli Schaus, Harald Uli, Reinhard von der Heusen, den Friedan, Manfred Hofmann, der Kapitän von damals, Horst Spender, Walter Baum, Gerd Rosenwald, Thomas Kroposki, und die Betreuer, Horst Egger, den Notwerker, Rudolf Spender, und den Physiker, Jürgen Schöngel. Ganz herzlich willkommen, den Weltmeister von 1978! Auf der este king wird mir vor dem Tilly! Jürgen Schäger! Lass uns ein, Lass uns ein, Lass uns ein, Lass uns ein. Der Geschäftsführer der Formel überreicht ein kleines Dankeschön für Sie zu sein. Eine Erinnerung an ein tolles Wochenende, wenn die Jungs haben richtig gefeiert. Auch hier, man trifft sich alle 10 Jahre, natürlich nicht immer in Hummersbach, aber vielleicht für die nächsten 50 Jahre, hier in der Schreiber-Arena, die Weltmeister 1978! Untertitelung des ZDF für funk, 2017